Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Shenrage TV und zu Five Nights at Freddy's. So, wir sind bei Nacht 5. Ja, wir haben es irgendwie, also, dass die vierte Nacht noch knapper gewonnen wurde als die dritte, hätte ich nicht geglaubt, dass es möglich ist, aber es war so. Wir hatten den längsten, ich glaube den längsten Song überhaupt von Freddy am spätesten eingesetzt und ganz am Ende, nachdem der Song schon vorbei war und eigentlich gleich der Jumpscare kommt, wirklich, wirklich, bestimmt 20 Sekunden oder so, war stille und dann kam das Ding Dong von dem Scheißwecker. Also, da hatte ich wirklich mehr Glück als Verstand gehabt. Und jetzt kommt noch Nacht 5 dazu. Ja, und das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass Freddy mich letztes Mal erwischt hat und ich nicht genau weiß, was ich gegen Freddy machen soll. und wir immer noch keine Berührungspunkte mit Foxy haben, was mich irgendwie ziemlich wundert, denn irgendwie hat er keinen Bock auf unseren Scheiß. Unsinnig geht die Power auch runter, wenn ich gar nichts tue. Das ist, äh, ein bisschen doof. Und direkt zwei los. So, einer ist da. Dum, 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 dum. So, ich versuche mal Freddy länger anzugucken auf der Stage. Wo ist Chica? Okay. Hi. Da ist Bonnie. Chica ist nicht da. Drei. Okay. Alle drei habe ich. Zack. 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 Okay. 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 Guck, der, der bewegt sich immer, der merkt das, dass ich ihn anschaue. Da ist Chica. So, Chica Bonnie. Wer hat sich bewegt? Becca von euch. Beide. Okay. Chica scheint weggegangen zu sein. Da. Ja, jetzt ist Freddy weg. Das ist nicht gut. Aber, ich glaube, es hat länger gedauert als letztes Mal. Bonnie. Was sagt Piraten? Nix. Okay. Schritte. Okay. Schicker Bonnie. Links von rechts. Hi. Das ist echt, wenn jemand vor der Tür ist und ich sehe das und kann die schließen, dann ist man so ein bisschen safe, weil man sich nicht mehr um die Seite kümmern muss. Aber ich weiß nicht, wo Chica ist. Das nervt mich gerade wieder extremst. So, ein paar Kurven sind noch zu. Chica ist in 4a. Okay. Bist du schon wieder weg? Ja. Okay. Ich muss ein bisschen Power sparen hier. Okay. So. Auch wenn ich nicht weiß, wo Bonnie hin ist. Da. Okay. Chica, Bonnie. Okay. Ich weiß nicht, wo Freddy ist. Ich kann ihn ja nur auf zwei Bildschirmen sehen, irgendwie. Bonnie ist auch schon wieder los. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Da ist er. Okay. Chica. Okay. Nö. Chica ist wieder abgehauen offensichtlich. Okay. Du bist da. Hä? Da ist Chica. Hi. Du musst das Licht danach aufmachen. Das spart alles Energie. Chica, Küche. Okay. Perkauf zu. Okay. Freddy. Nicht in Sicht. Bonnie weg. Sehr gut. Verpisst euch. Ah. Guck mal. Bist du das hier? Guck an. Immer noch Küche. Ist weggegangen. Okay. Du bist da. Küche. Ah, fuck. Freddy ist abgehauen. Jetzt müsste Freddy in der Küche sein. Ja. Hört man auch. Gott. Alter. Und meine Strategie scheint zu funktionieren mit Freddy. So, auch wenn ich gerade überhaupt keine Kontrolle mehr habe, wer wo ist. Ich höre, Chica ist in der Küche. Aber wo ist Bonnie? Da ist Bonnie. Da ist Bonnie. Ficker. Okay. Du bist da. Oh. Nee. Du bist auch wieder weg. Wieder Küche. Okay. Mhm. Ich höre sie laufen. Hi. Ich weiß nicht, wo. Bist du da bist du. Okay. Vielleicht sollte ich erst gucken, ob sie noch da. Okay. Du da. Du bist nicht mehr da. Oh, Gott. Ah. Scheiße. Ich weiß nicht mehr. Oh, oh, oh. Okay. Ich, äh, brauche mal eben... Bonny, du Stück Scheiße. Wie kam der jetzt so schnell von dem Traum 3 zu mir? Boah, heilige Scheiße. Das... Also, ich bin der Meinung, das hätte ich übers Licht sehen müssen. Aber irgendwie... Tick er weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, die können ja jetzt noch nicht... Oder? Oh, da... Kommt aber richtig direkt auf mich zu, ne? Hat der richtig Bock. Ich mach das, aber mit der Stage gucken, wegen Freddy. Damit der schön lange dort bleibt. Okay. Okay. Ich bin wieder zurückgegangen. Bonny ist out. Bonny ist out und schon weg. Da. Boah, ey. Ich hab mich immer noch nicht erholt von dem letzten Jumpscanner. Heilige Scheiße. Bin ich dafür anfällig, für die Scheiße? Tja, da gibt's nur eine Lösung. Geht gut. Dann wirst du nicht gejumpscared. Boah, ich darf nicht so lange in die Scheiß... ...Kamera gucken. Bist du schon hier? Nein. Bist du schon hier? Oh Gott. Hi. Da ist Bonny. Okay. Da ist Chica. Okay, Freddy hat sich verpisst. Da. Guck mal. Ich bin jetzt vor der Tür. Ich sollte die mal wieder hoch machen, ja? Sonst, äh... ...sehen wir mal ein paar auch schlecht aus. Okay, da scheint keiner zu sein. Der ist da hingelatscht. Der ist immer noch da. Chica ist in der Küche. Hi. Ich glaub, aber Chica will nicht lange in der Küche bleiben, befürchte ich. Du bist noch da. Oh, fuck. Freddy, fuck. Wenn der so lacht, dann ist er weitergezogen. Da ist Chica. Da ist Bonny. Okay. Bonny hat keinen Bock mehr. Ist jetzt direkt hier. Nee. Geht das? Nee, kann nicht direkt da hin. Er ist da. Okay. Okay. Jetzt könnt ihr langsam hier schon auftauchen. Okay. Okay. Wo bist du? Dich habe ich erwartet. Ich bin auch noch davor. Okay. Er ist weg. Okay. Wohin bleibt die Frage. Okay. Aber Freddy ist auch richtig, richtig böse unterwegs. Ich weiß nicht, wo Bonny ist und das stört mich schon wieder. Oh, da. Und der ist auch draußen. Okay. Ja, die haben ja richtig Bock heute. Chica, okay. Muss ich auch noch ein Auge auf den haben. Da bist du. Da bist du. Ah, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Der ist noch nicht da. Der ist noch nicht da. Okay. Da bist du. Der ist noch nicht da. Der ist noch nicht da. Ich bin tot. Mal wegen dem hier sorgen. Ich bin tot. Foxy. Okay. Bonny da. Foxy da. Freddy da. Okay. Okay, bist du da angelatscht? Nee, du bist schon wieder weg. Okay. Ich, äh... Du bist weg, okay. Ready? Hi. Nee, das wird nix. All den Power mäßig. Okay, die Tür war zu, aber... Ist er dagegen gelaufen? Ja. Ich fürchte, das war nix, Freunde. Ich fürchte, das war nix. Über eine Stunde geht das... Oh ja, mach mal den Super-Shorts-Song. Ich glaub, Gürtel geht's nicht. Aber ich... ... hatte damit schon... ... äh... Glück genug. Ja, scheiße. Also, jetzt haben wir auch gesehen, was Foxy macht, offensichtlich. Nee, reicht nicht, reicht nicht. Reicht nicht, reicht nicht. Reicht nicht, scheiße. Oh, die fünfte Nacht ist echt hart, Freunde. Ist echt hart. Je nachdem, mit was man dealen muss. Jetzt hatte ich hier keinen Besuch von Foxy, aber... ... dafür halt... ... viele Besuche von Bonnie und Chica. Und, äh... ... ja, und... ... und Bonnie stand auch so lange vor der Tür, dass man die so lange unten lassen muss. Wobei ich mich natürlich schon frage, wie es sein kann, dass eine Tür... ... wenn der Strom weg ist... ... nicht mehr zugeht. Weil, wenn die unten ist, dann kann ich verstehen, dass sie nicht mehr aufgeht. Aber doch... ... aber doch nicht andersrum. Ja, komm, gib's mir. Ja, komm, Baby, ich bin bereit. Komm, ja, komm. Komm, 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 komm. Gib's mir. Komm. Ja, nee, komm, ne Stunde überlebe ich nicht. Ja, komm, danke. Ach, Gott. Das ist echt gemein, ne? In der Hoffnung... ... dass es ausreicht. Aber, ich glaube, es wird es nicht. Ah, okay. Wir brauchen ein langes Lied. 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 Ein langes, 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 langes Lied. Scheiße. Ach, du Scheiße. Der fängt sofort an. Okay. Salute. Icke. Tote. Oh, Gott. Meine Fresse. Mann, es war so knapp wieder, ey. Aber jetzt hatten wir auch echt Pech am Ende. Okay. Nochmal. Okay. Und hier? Nein. 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 Scheiße, Alter. Oh, der ist jetzt aber schnell geladet, der Bonny. Oh. Puh. Alter Schwede, ey. Oh, Gott. Foxy ist auch am Start. Oh. Ah, die kann auch direkt unten bleiben. Für Foxy. Okay. Jika ist in der Küche. Ist weg. Was sagst du? Oh. Tika ist in der Küche. Und dann war sie direkt bei mir drin. Egal, das hätte ich eh nicht geschafft. Das wäre so oft, wie ich die Türen benutzen musste in dieser Nacht. Völlig unmöglich. Wir machen jetzt mal nichts mehr. Ah, es ist erst vier. Es muss fünf und ein bisschen sein, ne? Habe ich eine reelle Chance, es zu schaffen. Aber mit vier Uhr, eine ganze Stunde lang, spielt er keine Musik. Glückwunsch. Lüge angefangen. Auch die Zeit, bis der Jumpscare kommt, ist unterschiedlich, wie man bei meiner vierten Nacht gesehen hat. Ich brauche einen Lucky Time, oder? Ich muss besser spielen, eins von beiden. Scheiße. Ich bin wieder zurückgegangen. Oh, ich dachte gerade, warum geht das Licht nicht? Oh nein, nein, oh fuck. Wir haben verkackt. Wir haben verkackt. Ah, Bonnie ist drin. Ja. Schade, das war relativ gutes Power Management jetzt. Relativ. Oh, oh. Aber ist nix. Aber dann. Oh. Wirklich? Ach, ficken, ey. Oh, komm. Gib's mir. Gib's mir, komm. Okay. Foxy? Echt? Wahrscheinlich hat der sich noch vorgedrängelt vor Bonnie, oder so. Die darf ich jetzt nicht mehr reinlassen. Ah, der ist schon drin. Oh, fuck. Oh, ich dachte, ich könnte meinen Tod noch verhindern, wenn der springt. Aber der springt direkt in mir. Springt direkt rein? Oh, fuck, ey. Also Freddy's Movement Pattern checke ich nicht. Hilfe. Ah. Ah. Dann musste Foxy noch losrennen, ne? Dieser Hurenfuchs. Ah. Die latscht auch durch die Gegend von... Ach, der ist schon hier. Ich raste aus. Alter, es ist erst 1 Uhr und alle werden schon so aggressiv. Heilige Scheiße nochmal, ey. Ah. Nicht mehr geschafft. Also. Ich konnte nichts Brauchbares finden. Ich habe mir jetzt eine Strategie überlegt. Wenn Freddy vor meiner Tür steht, also quasi ein 1a ist, dann lasse ich die Tür einfach zu. Hilft ja nix. Also. Oh, oh. der war gerade noch im state dass er im ersten state dass er hinter dem vorhang vorguckt und dann rennt er schon was ein scheiß unfug also habe ich nicht erwartet geb ich zu und wenn man also man kann es schaffen wenn man den sieht dass man dann die tür noch schließt aber das ist sehr unwahrscheinlich habe ich gerade erfahren also man muss erst man muss halt erst das hier checken wenn er da nicht mehr ist dann sofort die tür zu machen und dann cam 2 so aber in dem state kann er ja auch wieder eine viertel stunde bleiben so steht immer noch da das gibt es nicht die tür ist zu gut jetzt kommt das hier aber bonnie steht noch davor gibt es ja nicht ich brauche keine energie sein scheiß ernst so Bonny, hast du noch mal Lust abzuhauen, oder? Alter Schwede Können wir jetzt davon ausgehen, dass Foxy jetzt für die Nacht die Fresse hält? Das wär voll dufte Knorke Scheiß Schicken Ja, toll Wie genau, äh, ich muss die jetzt zulassen Freunde, was wollt ihr hier von mir? Was genau wollt ihr hier von mir? Ja, natürlich, ne? Wer braucht Energie? Ist ja Quatsch Scheiße Äh, kann man eine Nacht nicht abbrechen irgendwie? Neustarten? Keine Ahnung Oh ne Oh Gott Alter Ja, gut Ich warte jetzt mal einfach, bis meine Power leer geht, weil offensichtlich ist diese Nacht völlig unmöglich zu schaffen Ach, ja auch wieder Toxic Ja, gut 까 Na,feito Was? Ja? F**k, die nimmt auch zurück Ja, genau Glück Wie kommst du doch sich cool? bloß hat sich einen zurückbewegt aber wahnsinn geil ich habe ja noch ein prozent mächtige stinkefinger okay also diese nacht glaube ich nicht dass es möglich war das zu schaffen vorsichtig ausgedrückt auch wenn ich jetzt den spätesten einsatz von freddie kriege die jemals erlebt habe dass come at me bro come at me verstehe ich nicht freddie kommt von rechts warum ist sein lied links niemand wird so fahren aber auch tatsächlich ziemlich lange ja ich weiß ja gar nicht wohin er gehofft ist ja doch das reicht doch wieder nicht ganz ganz doll lange machen ganz doll lange sehr früh angefangen komm schon ich mag den so ein bisschen mehr ich bin so so richtig hart ins also wenn freddie so aggro ist dann weiß ich nicht was ich machen sondern keine ahnung ganz ehrlich gibst mir gibst mir du scheiß hässliches stück mistvieh du blöder lila drecks vogel kaninchen was auch immer so lange diese knöpfe wenn es das raus zögert bis es auch sie habe ich eigentlich gecheckt egal gewesen war ne wieder viel zu knapp und ich habe schon wieder 2a vor pirate kauf gecheckt das war nicht so schlau so ja wir sind auch schon wieder lange dabei dann mache ich hier erst mal einen cut und dann überlege ich eine neue strategie weil ich habe keine ahnung es gab mit sicherheit ein zwei nächte wo ich ein bisschen mehr sparen könnte ich muss glaube ich wesentlich weniger auf die kameras gucken aber aber wenn ich nicht auf die kameras gucke dann läuft freddie halt auch viel zu schnell das ist alles so ein bisschen ist alles so ein bisschen scheiße naja gut mal gucken also da gibt es mit sicherheit noch eine ordentliche methode die ich rausfinden werde und dann schauen wir uns das beim nächsten moment danke fürs zuschauen